Amrakubjahasana, wörtlich der gekrümmte Mangobaum, ist ein Asana, welches zwar erwähnt wird, aber nicht genau beschrieben wird in klassischen Hatha-Yoga-Schriften. In einem Kommentar heißt es, man sollte sich so ähnlich hinstellen wie ein Mangobaum. Jetzt die Frage, wie steht ein Mangobaum? Aber es heißt auch, dass Amrakubjahasana so ist wie die Stellung von Bhagavan Mahavira, einer der großen Tirtankaras der Jain-Religion, einer der großen Befürworter von Ahimsa des Nichtverletzens. Und Felix stellt sich jetzt so hin, wie diese Statuen von Mahavira stehen, die Füße ganz parallel, der Körper ganz gerade, Blick nach vorne gerichtet, Handflächen zum Körper hin, die Finger geschlossen. Man schaut im Wohlwollen nach vorne und gleichzeitig absolut unbewegt. Und aus dieser Unbeweglichkeit heraus kann man alle Hindernisse überwinden. Zwar heißt es, dass es der gekrümmte Mangobaum ist, aber das heißt auch, man ist gerade, was auch immer geschieht. Selbst wenn der Wind kommt, selbst wenn Stürme kommen, Versuchungen und Prüfungen. Amrakubjahasana soll heißen, innere Ruhe, was auch immer geschieht. Wenn du mehr weißt, wie Amrakubjahasana ganz traditionell ausgeführt wird, schreib es doch in die Kommentare. Danke. Danke.